Herzlich Willkommen zu Let's Play Battlefield Bad Company 2 Lange, 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 nach langer, langer Pause bis zum Spiel geht's wieder los Das wird für euch nicht so lange sein, weil ich die Folgen natürlich hintereinander abspiele Aber es ist für mich nach langer Zeit wieder eine neue Aufnahmesession Und wir sind hier zurück und haben natürlich ein kleiner Resonanzler auf Anfang 12, weil es so gut Und wir werden loslegen So, hier rechts hoch Klappt Gut, aber Und hier hoch Aber weiter Was hast du denn mit dem Boot nicht weiter? FG Ist das eine Kreuzware? Ja, ein Wire muss hier durchgekommen sein Sonst hätten sie die Patrouille hier nicht aufgestellt Ah ja Ja Was haben wir denn Waffen dabei? Ah MG Power Ok Dann geht's hier jetzt mal ordentlich los Ich seh' fast nichts hier Ich seh' fast nichts hier Ich seh' fast nichts hier Die geschlossene Ziel Die Siegung hier ganz einig ran Oh fuck W Power Aua Ach, die Störung ist noch alles Ah ok auf Störung drückt man sich Ich will nicht mal auf Shift irgendwo auf Shift irgendwo gewinnen So Da Zack E aufheben, Schrotflinte war das Die nehmen wir erstmal Was war das? Da War das untere? Ja was war unsere Aber Nur die Munition könnte hier knapp werden Mal 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 Ich kann jetzt hier schon loslegen, stecken wir fest. So. So, fucke. Gut, da kann man mal eine Waffe aufheben, das machen wir auch gleich. Ach, fucke. Na, scheiße. Ich bräuchte eigentlich ne andere Waffe. Ne andere Waffe, ja. Ach so, ich muss nie. Was? Ich brauche die vielleicht. Ich brauche ja, da muss man irgendwo draufschießen. Nicht als Brotfahrer, aber das ist auch ganz schlecht. Ich hab ja schon erwähnt. Ich brauche sie runter. Ich brauche die Beine. Ich brauche sie nicht weiter. FG! Das ist eine Holzgarde? Wir haben heute durch die Barschung zu sein. Die Bandäu ja hier nicht aufgeschaltet. Geht mal her. Genau nein. Schnapp, ihr Arschloch. ein Stück von ich bin ich bin oh mein zi na